In diesem Video möchte ich den Helium-Neon-Laser erklären. Das Ganze auf Schulniveau, das heißt gegenüber der Realität in einigen Punkten deutlich vereinfacht, dafür aber hoffentlich umso besser verständlich. Was ist ein Laser? Zunächst sollte man dazu wissen, dass Laser eine Abkürzung ist. Und zwar die Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Der erste Laser wurde 1960 von Theodor Mayman entwickelt. Es war ein Rubin-Laser, der ein bisschen anders funktioniert, aber ähnlich wie der, den wir nun genauer untersuchen würden, nämlich den Helium-Neon-Laser. Kommen wir aber zuerst zu einigen Grundeigenschaften von Lasern. Laser erzeugen Licht. Das heißt also, Laserlicht ist eigentlich ganz normales Licht, hat aber einige besondere Eigenschaften. Vor allem sind dazu zu nennen, das Licht ist monochromatisch. Das heißt, es besteht nur aus einer einzigen Wellenlänge, bzw. eine einzige Farbe anschaulich gesehen. Das Lichtbündel hat parallele Randstrahlen, das heißt, es läuft nicht wie zum Beispiel beim Licht einer Taschenlampe auseinander oder zusammen, sondern sehr gut parallelstrahlbündig. Außerdem hat das Licht eine große Kohärenzlänge, das heißt, es besteht nicht aus kurzen Wellenzügen, sondern die Wellenzüge sind sehr, sehr lang, mitunter mehrere Kilometer. Laser gelten als gefährlich, aber warum? Dazu muss man wissen, wie Sehen funktionieren. Stellen wir uns etwa vor, jemand leuchtet mit einem Laserpointer an die Wand und wir sehen den roten Punkt dort. Warum sehen wir den roten Punkt? Weil Licht von dem Punkt in unser Auge fällt. Das Auge ist ein Lichtempfänger. Und da kommt doch eigentlich auch Laserlicht ins Auge. Und die Frage ist nur, wie viel? Ich mache das mal in einer Prinzip-Skitzel deutlich. Hier haben wir links den Laserpointer, rechts die Wand. Und der Laserpointer schießt unser Licht auf die Wand und von der Wand geht das Licht in alle Richtungen weg. Egal, aus welcher Richtung wir auf die Wand schauen, von dort kommt etwas Laserlicht in unser Auge. Der Punkt ist recht hell zu sehen. Dabei kommt gar nicht besonders viel Licht in unser Auge. Die Pupille hat etwa 5 mm Durchmesser. Das heißt, wenn ich mit der Kreisflächenformel rechne, ungefähr 20 mm² Fläche. Stehen wir etwa in einem Meter Entfernung zu diesem Laserauftreffpunkt auf der Wand, so hat sich das Licht auf eine halbkugelartige Oberfläche verteilt. Wenn man dort mit der richtigen Formel rechnet, kommt man auf etwa 12,57 m². Das heißt, nur 20 mm² von den 12,57 m² fallen in unser Auge. Wenn man das nachrichtet, dann sind das 0,00016% des gesamten Lichtes. Wird hingegen der Laserstrahl direkt in das Auge gerichtet, so kriegt man 100% ab. Das ist dann als Kehrwert 628.500 mal heller. Sprich, es ist einfach viel zu viel Licht für die Augenzellen und diese gehen hinten auf der Netzhaut kaputt und sind für immer dahin. Die eigentliche Erklärung zum Laser möchte ich in vier Kapitel unterteilen. Zuerst die Besetzungsinversion, danach die stimulierte Emission, schließlich der Resonanzeffekt und zu guter Letzt betrachten wir Details zum Helion-Neon-Laser. Kommen wir zuerst zur Besetzungsinversion. Voraussetzung ist das bekannte Pauli-Prinzip. Das besagt, dass in einem Atom keine zwei oder mehr Elektronen in allen Quantenzahlen übereinstimmen dürfen. Das führt dazu, dass jedes Energieniveau, das in einem Atom existiert, eine bestimmte Maximallanzahl an Elektronen hat, die es besetzen können. Im Normalfall ist es so, dass die unteren Energieniveaus fast voll besetzt sind, die oberen nur teilweise oder auch gar nicht. Voraussetzung für den Laser-Effekt ist aber eine sogenannte Besetzungsinversion. Um die zu verstehen, male ich das Ganze mal in einem Schema auf. An einem einfachen Schema bieten wir zwei Energieniveaus. Wir haben also ein niedriges Energieniveau, das mit vielen Elektronen besetzt ist, möglicherweise vollständig oder fast vollständig, und ein hohes Energieniveau, das kaum besetzt ist. Irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass ganz viele Elektronen in dem Atom von den niedrigen auf das hohe Energieniveau angehoben werden, sodass das niedrige Energieniveau löchrig und das hohe Energieniveau gut besetzt ist. Das heißt, normale Besetzung ist die mit den vielen Elektronen auf dem niedrigen Niveau, bei der Besetzungsinversion ist es andersherum. Um das zu erreichen, müssen wir permanent Energie hinzufügen. Das nennt man im Zusammenhang mit Laser-Pumpen. Im Falle des Rubinlasers von 1960 geschah das durch Lichtblitze durch die Quarzlampe. Wir benutzen beim Helion-Näon-Laser dann Elektronenstöße. Der zweite Aspekt, den man zum Verständnis des Laser-Effektes erfassen muss, ist die sogenannte stimulierte Emission. Dazu wiederhole ich zunächst, was wir eigentlich von der spontanen Emission her kennen. Die spontane Emission kann man zum Beispiel anhand von zwei Energieniveaus und einem Elektron, das sich auf dem unteren Energieniveau befindet, klar machen. Das Atom wird angeregt, zum Beispiel durch ein einfallendes Photon oder durch einen Elektronenstoß. Dadurch geht das gebundene Elektron auf ein höheres Energieniveau. Und nach relativ kurzer Zeit, wir reden hier etwa von der größten Ordnung 10 hoch minus 8 Sekunden, fällt es von dem oberen Energieniveau wieder zurück in das Grundenergieniveau, wobei ein Photon erzeugt wird, das in diesem Fall die gleiche Frequenz hat, wie das Photon, das die Anregung durchgeführt hat. Als Bild kann man sich dazu veranschaulichen. Man steht da und sieht, wie ein Apfel spontan irgendwann einmal vom Baum fällt. Das heißt, für das Runterfallen ist kein Auslöser nötig. Anders die stimulierte Emission, die auch induzierte Emission genannt wird. Voraussetzung, dass sie stattfinden kann, ist, dass der angeregte Zustand metastabil ist. Das heißt, er wird um 10 hoch minus 3 Sekunden oder noch länger gehalten. Schauen wir uns also wieder die beiden Energieniveaus im Atom an. Das Elektron ist zunächst noch am unteren Energieniveau. Nun findet die Anregung statt und das Elektron ist auf dem oberen Energieniveau und bleibt dort erstmal für ein ganzes Weitchen. Dann kann es passieren, dass ein Photon kommt, das genau der Energiedifferenz W2 minus W1 entspricht, sprich, das auch zur Anregung nötig war. Und dieses Photon macht was ganz Interessantes. Dieses Photon sorgt dafür, dass das Elektron von W2 wieder auf W1 herunterfällt. Dabei verschwindet es nicht, sondern ganz im Gegenteil, es entsteht ein zweites Photon. Dieses zweite Photon ist in vielerlei Hinsicht ein regelrechter Klon des ersten Photons. Es hat die gleiche Frequenz, die gleiche Richtung und die gleiche Phase. Anschaulich kann man sich das so vorstellen, dass man diesmal nicht nur einfach am Baum stirbt und zuguckt, sondern mit einem Apfel einen zweiten herunterwirft. Kommen wir nun zum dritten Punkt, dem Resonanzeffekt. Betrachten wir dazu den Glaszylinder, der mit den Gasatomen gefüllt ist. Die Gasatome werden von außen irgendwie durch das Pumpen angeregt und fallen danach wieder in den Grundzustand zurück, sodass es zu spontanen Photonemissionen kommt. Ist der angeregte Zustand metastabil, so kommt es dort auch zu stimulierten Emissionen. Ebenso wie natürlich weiterhin auch spontane Emissionen auftreten. Diejenigen Photonen, die auf die Rohrwand treffen, sind für das System nicht mehr relevant. Entweder werden sie gleich wieder vernichtet oder sie verlassen es und sind nach außen als Leuchten sichtbar. Allerdings an den Kopfwänden sind zwei sehr gut ausgerichtete Spiegel. Und Spiegel reflektieren Photonen einfach. Heizfolge treten zwar immer wieder spontane und stimulierte Emissionen auf, aber vor allen Dingen die Photonen, die senkrecht zu den Spiegelflächen fliegen, erzeugen immer mehr Klone ihrer selbst. Dadurch schaukelt sich das System immer weiter auf. Man spricht von einem sich selbst organisierenden System. Der Spiegel rechts ist nicht so hundertprozentig reflektierend, sondern zwei Prozent des Lichtes werden noch durchgelassen. Na und was kommt dort raus? Ganz viele identische Photonenklone. Identisch in Frequenz, Richtung und Phase. Damit das Ganze funktioniert, muss der Spiegelabstand ein ganz zahliges Vielfaches der halben Wellenlänge sein. Grund ist der wellentheoretische Aspekt der Photonen, es sind ja rechts- und linkslaufende Wellen, und damit die sich konstruktiv überlagern, ist genau dieser Spiegelabstand notwendig. Kommen wir nun zum eigentlichen Helium-Neon-Laser. Der Helium-Neon-Laser besteht aus einer Glasröhre, in der die Gase Helium und Neon im Verhältnis von 5 zu 1 vorhanden sind. Ebenfalls ist außen eine Spannungsquelle eingebracht, deren Elektroden im Inneren der Röhre sind und die eine Gasentladungsreaktion erzeugt. Die Gasentladungsreaktion, sprich das Hineinströmen von freien Elektronen, sorgt für das Pumpen, sprich für das Anregen der Atome. Die Spiegel sind in der beschriebenen Art und Weise im richtigen Abstand angebracht. Ist kein Gehäuse um das Ganze, so kann man auch sehr schön die Gasröhre leuchten sehen, das sind die spontanen und stimulierten Emissionen in alle Raumrichtungen, sowie rechts den Laserstrahl, der dort austritt. Schauen wir uns nun genauer an, was im Inneren passiert und zeichnen dazu die Energieniveauschemata von Helium und Neon. Auslöser des Ganzen ist eine Anregung des Heliumatoms vom Grundzustand in den Zustand EHE2. Dies geschieht durch einen Elektronenstoß in der Gasentladung. Die Elektronen strömen aus der Elektrode in das Gas hinein und stoßen mit dem Heliumatom zusammen. Das geschieht relativ häufig, da das Heliumatom, wie gesagt, etwa 5 mal häufiger vorkommt als das Neonatom. Ebenfalls ist interessant, dass das Energieniveau EHE2 metastabil ist, sodass nun relativ viele Heliumatome in diesem angeregten Zustand sind. Schauen wir uns das Energieniveau von Neon an. Dort gibt es drei relevante Niveaus, wobei interessanterweise das dritte Niveau von Neon ungefähr gleich groß ist wie das von Helium. Und wenn im Rahmen der Braunschel-Molekularbewegung diese beiden Atome zusammenstoßen, dann kann es passieren, und es passiert auch, dass die Energie vom Heliumatom an das Neonatom übergeben wird. Die fehlenden 0,05 WV kommen dann aus der Bewegungsenergie der Atome. Und da das nun relativ häufig passiert, haben wir mehr Neonatome auf dem Energieniveau 3 als auf dem Energieniveau 2, sodass hier eine Besetzungsinversion vorliegt. Und wenn nun ein Photon auftritt, das genau die richtige Differenz hat, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Neonatom auf dem Niveau Ne3 ist und eine stimulierte Emission stattfindet. Das heißt, die stimulierte Emission für den Lasereffekt wird erzeugt bei dem Übergang von E-Ne3 nach E-Ne2. Dieses Schema sieht nun relativ kompliziert aus, aber das muss es auch, denn es sind immer mindestens drei Energieniveaus beteiligt. Ja, warum? Ja, wären es nur zwei, dann könnte keine Besetzungsinversion, sondern höchstens ein Gleichgewicht von dem Tiefen- und dem hohen Energieniveau hergestellt werden. Dafür die Ursache liegt daran, dass die passenden Photonen in diesem Fall gleich oft angeregte wie nicht angeregte Atome antreffen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit für eine Anregung genauso groß ist wie die Wahrscheinlichkeit für eine stimulierte Emission. Kommen wir nun zu ein paar letzten Details. Ich bitte Sie, die Wellenlänge des Helium-Neon-Lasers zu berechnen und die zugehörige Farbe anzugeben. Als kleinen Tipp dazu, fangen Sie einfach beim Energieniveauschema an. Und falls jemand Lust hat, habe ich auch noch ein Referat im Angebot, nämlich zum Thema technische Anwendung auf Basis eines Lasersystems. In diesem Fall bitte ich, sich per E-Mail bei mir zu melden. Danke!